Kannst ja mal auf der Karte gucken, in der Zeit, wo wir uns am besten absetzen, weißt du, da vor. Wir wollen irgendwo auf der Straße hinsetzen. Ja, das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Auf der Karte. Weißt du, wo der Auto ist? Warte, ich guck mal selber. Wird ja wohl nix passieren in der Zeit. Oder markier du sonst mal auf der Karte deinen Punkt? Einen Punkt. Da fährt er, da drüben fährt er. Ja. Da drüben fährt er. Also du musst jetzt über den Fluss, das Fjord was drüber. Ich versuch mal hier runter zu landen, hier unter uns. Das sind wir nur zu weit weg, wenn der gerade ausfährt auf der anderen Stelle. Deswegen soll nicht so wegkommen. Dann starten wir halt wieder. Also geh runter. Ja, bitteschön. Bitteschön, bitteschön. Jo, pass auf die Sträucher auf. Oder warte mal, wo fährt er? Nee, der fährt vor allem das Landwort. Eben. Er fährt nämlich hier weiter, ja. Da siehst du. Ja, wir sollten den überholen, ja. 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 Dann kann er ja nur noch da vorne, aber bis vor gelandet sind... Der kann rechter links wegfahren, gell? Eben. Da würde ich gern vor der Brücke, weißt du, hier so, auf der Straße landen. Der ist schon da. Bis wir da gelandet sind, ist der vorbei. Ja. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ruhe aufstrahlen. Aufsteigen, wenn's geht. Bitteschön. Oh, LKW hat mich überfahren. Und... Sitzt immer noch im Hubschrauber, ne? Einfach mal auszusteigen. Ja, ich hab geschossen. Ja. Ich bin tot. Ja. Oh, ist einer. Ja, dann putz ihn weg. Ich putz auf weg. Gut. Weil ich weiß ja noch gar nicht, wo jeder Hubschrauber steht, in dem Gelände. Da ist er auf links, wir sind nach links. Jetzt siehst du auch, wo sie ihn stehen. Jo. Aber trotzdem mal versuchen, alles sauber zu machen. Nicht, sonst werde ich in den Rücken fallen, was? Hm. Ich seh ihn an den Hubschrauber. Ja, ich seh... Ja, ich seh ihn auch. Aber hier oben sind... Komm mal über uns. Tango ist tot. Das ist gar nicht so verkehrt, die AK-12. Die ballert schon rein. Hä? Wer? Wo? Hinter uns. Hab ihn schon. Gut. Machen wir gleich noch mehr, oder? Mit Sicherheit. Also rein in den Hubschrauber weg. Hier sauber machen hat keinen Sinn. Na wot? Na wot? Na wot? E. Ich komm mit dem Netz. Ich mach das, ich... Steig ein, steig ein. Dann lauf weg. Ich komm mit dem Ei. Ja, war ne Granate. Ja. Musst du hoch. Warum du mal nicht reinkommst, versteht nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist... Komisch hier. Musst dich besser positionieren. Zack, zack, zack. Ich krieg keine Anzeige wieder mal. Ja, lauf hin und her. Los, geh, fahr. Achso, es ist ein privater Rebellgetür. Entschuldigung bitte, ich wollte dann Rebellen umbringen. Ich sehe keine Feinde hier. So. Ich komm mal wieder runter. So, jetzt aber. Ja. Hey, jetzt komm ich. Ja, vielleicht musst du dich stürzen. Vielleicht musst du dich aufrechten. Wir müssen ganz nah, ganz nah ran und... ...wenn du das Stück nur einen Millimeter weiter weg bist, das ist ja öfter. Ja, dann weißt du ja schon, dass du immer ganz dicht ran musst. Ja, ja, ja. Guck du mal auf der Karte, ob wir irgendwie abkürzen können, wo er lang fährt. Weil ich fliege halt immer stumpf auf den Punkt drauf zu. Hoch, 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 hoch. So. An der Skitze, an der Skitze, an der Skitze. Wir wissen auch, jetzt fährt er dann da bei Palmeras. Kommt er in die Stadt rein, ich bin gespannt, was er da macht. Da kommt ja wieder so eine große, breite Straße. Warte mal, Edi, da bist du jetzt fast dran. Ja, der ist unter dir. Tu mal langsamer, ja, ja, tu mal langsamer. Wieso langsamer? Ich würde mich da vorsetzen. Erst mal gucken, wo er hinfährt. Ja, eben, das meine ich ja. Ja, dann sag es. Ja, weiß ich nicht, kann ich noch nicht sagen. Die Stadt gabelt sich jetzt fünfmal. Ich sag, du sollst mir dann sagen, wenn wir warten sollen, wo er wegen gucken, weißt. Ja, also jetzt pass auf. Jetzt ist er auf der Straße, wo man immer rechts und links weg kann. Jetzt fährst du nach rechts auf die nächste breite Straße. Da ist er da hin. Ja, der fällt nicht hin. Jawohl, genau, genau. Ja, der hier, hier, da runter jetzt, runter da. Darf, geh du runter da. Geh du runter? Er kommt da lang geflogen, ja. Auf die Straße. Ja, ich bin dabei. Ist nicht so einfach. Schnell, schnell, schnell. Ja. Ja, und sag nicht mehr, schnell, schnell. Ich kann nicht schneller machen, als er ist, Olaf. Ja, dann müssen wir wieder weiter fliegen. Wir dürfen ihm doch nicht entgegen fliegen. Nee, ich fliege ihm ja nicht entgegen. Ich muss nur darauf achten, ob er nicht irgendwie einen anderen Weg nimmt. Ich geh jetzt hier runter, so. Er kann keinen anderen Weg nehmen. Die Straße tut nicht abzweigen. Ja, da war dann ein Feld, hab ich gesehen. So, aufsteigen. Aufsteigen. Ja, ja. Weil die sind schon wieder Feine. Verfick dir Scheiße. So. Müsste ja gleich vor uns kommen, ne? Wenn ich die gleich kommen. Hier ist noch was zum Einsammeln. Zum Markieren. Öle. Da kommt er. Ja, gut. Ich versuche erstmal den Lkw mit Scharfschützen lahm zu legen. Ja. Ah, grad der Blatt davor. Scheiße. Scheiße. Ah, war doof, war doof, war doof. Komm hier, rein in den Auto. Ach du. Hubschrauber lassen wir stehen. Hubschrauber lassen wir stehen. Komm, rein in dein Auto. Ja. Ja, das mit dem Hubschrauber, das ist bloß viel Transporte, viel schneller. Und dann... Ja, und vor allem, ich bin nicht so schnell mit den Fänger. Ich kann nicht so schnell runter und hoch und so, weißt du. Ja, 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 ja. Ich muss ja schon fast einen halben Kilometer oder drei Kilometer vorher runter, weißt du. Ja. Dann wisst du ja nix. Ja. 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 Ja, wo die daten. So, dann aussteigen, bevor es brennt. Ja, 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 los, ab mit dir, Rekio. Auch neben hier, scheiße, da waren ja noch so viele neben hier, ach du Kacke.